Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Campbell. Ich bin heute für die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Nova Imperium. Ich will das Spiel noch starten, Vollwitter machen und noch kurz warten. Initialisieren. Okay. Da bin ich jetzt gleich gespannt. Oh, was steht denn hier? Ja. Ja. Hey, wo ist der Mann? Na, da bin ich doch, da bin ich mein Standort, so, dann fangen wir mal an, ja. Gefecht mit Piraten, schon lange nicht mehr gespielt. Gefecht mit Piraten, schon lange nicht mehr gespielt. Was bedeutet die Zeit, die runterläuft? Na ja, es sind 30 Minuten. Dann haben wir ja noch genug Zeit, um irgendwas zu machen. Ich habe zu wenig von Gold. Okay, jetzt sind wir richtig, gut. Eine Belohnung. Einsammen. So, alles voll bei mir. Ja, hm. Monatskarte kaufen bei Daily? Ne. Hier ist ein roter Punkt. Und? Okay. Auch nicht. Dann... ... 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 Bin ich nicht in einer Allianz drinnen? Allianzer stellen Kostet eine neue Allianz? 50 gibt, habe ich 15 Zeichen sind das, passt auch, gut, dann muss ich noch hier Flagge bearbeiten Ich möchte nur ein anderes Symbol haben Prennene Prennene Das ist alles mit dir Untertitelung. BR 2018 So. Oh, ja. B, D, J. Okay. Warum ich... Warum ist der Name nicht verfügbar? Das heißt, es war Muschke werden. Will ich auch das schon vergeben? Bad ist auch schon weg. 1BJ. Will ich es auch schon weg? Ach Mensch. 8.01. Auch schon weg. 1BJ. 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 Zeek. 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 Gut, haben wir das jetzt auch. Ich habe das. Ich habe das. Ich habe das. Ich habe das. Gut, dann zurückkehren und den schicken wir auch mal zurück. Das ist falsch schon, wir können ein bisschen ran suchen, da ist es, nein, nicht den, den, zurückkehren, so, haben wir das auch fertig, äh, jetzt, so, mehr, was haben wir hier alles, Facebook, schwarze Liste, Erstellung, Konto, okay. Okay. Upgrade. Monatskarte, Karte auf Lebenszeit. 104 Euro, boah. Erstmal schon bei Level 1, können wir nichts mehr aufwerten. Level 2, da haben wir noch zwei Sachen, die wir aufwerten können. Upgraden. Ein Tag. Gut. Okay, ich habe ja jetzt hier etwas, was sehr lange Upgradet wird, daher. eine Forschung kann ich noch machen. zwei Stunden, gut, dann forscht er jetzt in zwei Stunden, ist auch beschäftigt. Module. Module. Module sind schon alle abge... da, den kann ich noch. Kostenlos, fertig. Gut, dann ist er jetzt auch fertig. Attacke, oh, den kann ich, den kann ich, den kann ich, kostenlos. Liste, Ressourcen... Ressourcen... Annetze, Minus... T-T-T-T-T... Was ist das, Modifikation... T-T-T-T-T-T... Also nur Tute geht schonmal nichts... Schiffe... Arbeitsschiffe kann ich nicht überbauen? Okay, dann gibt es alles nur noch den, den, den... Suchergunship, was für welche Sachen habe ich denn? Basisschiff, kleines Schiff? Kleines Schiff. Fahre mit dem kleinen Schiff an. Das ist dann... Ist das ein kleines Schiff? Info? Arbeitsschiff, schwache Höhle... Okay, kein Problem, brauchen wir nicht. Wo steht, ob es klein oder groß ist? Also ich denke mal, die beiden sind hier kleine Schiffe. Die Basisschiffe... Mach ich mal den hier. Den Ritar... Und zerstören... Schiff, construction and harvest. Schlatter... Adler und Ritter... Zerstörer, Tiger und Gunship... Naja... Da die tägliche Quest, wieder eine fertig... Ach je... Abbau Mineralien... Zehntausend... Ich bin... Da oben. Da oben. Wo kann man hier? Das sind Spieler. Wo kann man hier Mineralien abbauen? Okay, komm, dann scannst du mal. Den Planeten. Zwei Minuten dauert das? Okay. Dann schauen wir mal weiter. Meine Station. Raumschutz noch reingehen. Auf die Dailys gehen. Kaufen, Lebenshalt kaufen. Ja, komm, geh mal rein. Zack. Vor einer Stunde waren sie online. Okay. Okay. Take this quest. Ich denke, heute kann ich noch nicht angreifen, weil ich gerade erst eingedreht bin in der Gelde. Also, ich muss anders überspringen, abbauen. Bin ich bei, abbauen, gefecht. Also, ich muss noch vier Kämpfen machen. Angriff. Im Dock. Ich will doch auf dem Planeten. Ich habe keine Versorgung. מיםikum livrehin besser. Zeig. Ich gebe es jemals. Ich bin ich, meine paar Gerkes haben zu масchinen. Die Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Okay. Da ist Elite. Nee, den will ich nicht haben. Interbases, Interbase ist ein Pirat. Oh, das ist aber... Ach je... ...dach angreifen. Ja, das ist ein Pirat. 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 Station, meine Dailies, sammeln, und sammeln, nein, nein, geht nicht, abbauen, Starboardbusschen, Gefechte, 15 jetzt, ach je. Den hab ich doch schon. Die ist cool. Die hab ich auch schon. Das ist ja schon meine. Komm. Upgraden. Jetzt hast du wenigstens Level 2. 3. Na Level 2, fast 3. Du, 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 du. Gut. Ach je. Abbauen, Gefechte, Prüfen, Rekruten, Schiffsbau. Schiffsbau sind vorbei. Sende, Allianz, eine Spende. Spende. Okay. Eine Spende. Das soll ich aktualisieren. Also ich hier drauf drücke. Spende. Spende. Abbauengefecht. Prüfen. Abbauengefecht. Abbauengefecht. Um. Fünfmal. Jetzt. oder sechsmal mal zu viel. Ist ja egal. Nein. Nein. Geht nicht. Bau. Bin ich bei. Gefechte. Schissbau. Bin ich bei. Allianz. Spende. Okay. Schiffsbau sind vorbei. Allianzspende. Noch eine. Okay. Nein. Nein. Geht nicht. 40.000. Okay. Das wird jetzt länger dauern. Gefechte. Können wir später machen. Schiffsbau. Sind wir bei. Allianzspende. Fünfmal. Sammeltrümmer. Das ist gut. Da macht man. Man macht erst ein Gefecht. Dann sattet man den Trümmer. Und dann kriegt man. Hier. Beim Abbauen. Die Punkte dazu. Das war's. Mehr geht nicht. Ja. Trümmer sammeln. Allianzspende. Nochmal. Was ist das hier? Hm. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 ... ... ... ... Na gut, lasse mir das jetzt ja nur noch. Da gibt es noch eine Belohnung für mich. Das ist noch eine Wertbelohnung für mich. Aber voll. Das ist noch eine Wertbelohnung für mich. Das ist noch eine Wertbelohnung für mich. Das ist noch eine Wertbelohnung für mich. Ich bin schlechter wie 100 Leute. Gut, gut, gut. Naja, bei mir ist der Typ sowieso an allem bei. Also der Typ, ich. Das sind beide an produzieren. Modul geht gerade nicht mehr. Okay, Schiffe sind alle am bauen. Eins ist fertig. Dann können wir hier ein neues Schiff reinsetzen. So. Und. Weil es sagt, noch eins bei Upgrade ist frei. Aber da habe ich auch schon alles durch. Ja. Leer. Gut. Ich würde mal sagen, das war es für heute. Flotten. Flotten. Bräunig. Gerne auch nicht. Gut. Das war mal ein kleines Video. Obwohl es hat schon lange genug gedauert. Ich habe nur nichts auf die Reihe gekriegt. Wenn das Spiel so selten spielt. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.